Lass uns kämpfen. Lass uns das machen. Ich beobachte dich lange. Als ich angefangen habe mit dem Scheiß, hast du schon bei Sat.1 gekämpft. Lass uns kämpfen. Ich knock dich aus. Ich knock dich aus. Dass die einfach uns ständig herausfordern, weil wir halt polarisieren und die halt eben nicht. Ihr seid langweilig, wir nicht. Klingt zwar arrogant, ist aber so, wenn ihr die ganze Zeit eure Fresse aufreißt und uns herausfordert. Deswegen kommt damit klar, stellt euch hinten an und irgendwann mal kommt ihr auch in die Reihe. Fertig. Im Post-Fight-Interview hast du ja noch eine kleine Herausforderung ausgesprochen. Was hat es damit auf sich? Damit hat es auf sich, dass ich der Meinung bin, dass Michael Smolik bisher einfach noch keine richtigen Gegner gekämpft hat. Wer sich ein bisschen auskennt, kennt seinen letzten K1-Kampf gegen diesen Enver Sleever. Er hat zweimal gegen ihn gekämpft. Der war jetzt nicht sonderlich stark. Er war ein 30-0-Kickboxer. Kämpft gegen jemanden, der konnte nicht mal richtige gerade Hände schlagen. Ich finde einfach, ich habe ihn angeguckt. Ich finde, er ist kein richtiger Kämpfer. Kein Disrespect. Wirklich, das ist nicht respektlos gemeint. Aber ich habe mit Leuten auf dem Handgeschirr, mit Waldrin, mit Marken und Knöbel. Ich habe mich mit Peter geschlagen. Ich habe, mein Gym ist voller Monster. Ihr habt noch keine Ahnung, was da auf den nächsten Jahren auf euch zukommt. Und ich weiß einfach, dass ich ihn genauso ausknocke, wenn nicht schneller. Aber ich glaube, dass der Florian sogar stärker ist als Michael Smolik. Ich weiß, dass er, wenn er mich einmal spürt, einmal nur einen Jab spürt, einmal nur einen Kick spürt oder sonst irgendwas, mir in die Augen guckt, dann wird er spüren mit Kontaktlinsen, ohne Kontaktlinsen. Das ist alles nur Angstgespiele. Mir guckt er in die Augen. Ich gucke in seine Seele und ich werde lesen, dass er kein richtiger Kämpfer ist. Und er wird spüren, dass ich ein richtiger Kämpfer bin. Und ich werde ihn ausknocken. Ich werde ihn definitiv ausknocken. Und viele von euch warten darauf. Er soll gegen mich kämpfen. Er wird nicht einen einzigen Drehkick setzen. Ich werde ihn einfach, ich werde ihn überrennen. Und das ist das Ziel. Michael, ohne Scheiß. Sei ehrlich. Lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Lass uns das machen. Ich beobachte dich lange. Als ich angefangen habe mit dem Scheiß, hast du schon bei Sat.1 gekämpft. Lass uns kämpfen. Ich knock dich aus. Ich knock dich aus. Das wird immer sein. Die Leute werden es immer sagen. Das ist bei mir. Ich bin es schon gewohnt. Das ist immer das Gleiche. Immer der gleiche Mist. Es wird langsam langweilig. Ich habe es vorhin angesprochen. Die sollen kommen, wenn die Matchmaker sagen, cool, dann cool. Wenn nicht, dann nicht. Das juckt mich gar nicht so. Letztendlich bin ich es schon gewohnt, ob es ein Maurice ist oder ob es ich bin, dass die einfach uns ständig herausfordern, weil wir halt polarisieren und die halt eben nicht. Ihr seid langweilig, wir nicht. Klingt zwar arrogant, ist aber so, wenn ihr die ganze Zeit eure Fresse aufreißt und uns herausfordert. Deswegen kommt damit klar. Stellt euch hinten an und irgendwann mal kommt ihr auch in die Reihe. Fertig. Michael Smollik. Ich kämpfe die ganze Zeit gegen irgendwelche Leute, die hätte ich in meinem ersten Kampf klapp gemacht. Kein Disrespect. Aber hey, alle bei Twitter und so haben geschrieben, hey, was ist los, man? Warum kämpfe ich nicht gegen jemandem richtigen? 13,25. Immer noch kein Disrespect. Aber der nächste Kampf, wenn er den gewinnt, dann will ich ihn hier drin haben. Dann will ich ihn hier drin haben. Er soll gegen jemandem richtigen kämpfen. Er soll gegen jemandem richtigen kämpfen. Bei mir, bei mir wird es nicht so leicht wie bei dem scheiß Rollerfahrer. Macht das mit mir. Macht das mit mir. Ich werde meinen Weg weitergehen, egal wie viele Leute mir steilen, den Weg werfen. Ich heb den Stein auf und werfe ihn euch zurück in die Fresse, ganz einfach.